sie spawnen relativ anders in schnellen tun kann man die nicht mit wasser wegspülen die dinge doch was place was place 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 keine nein nein keine place place ich mach doch gar nicht durch spacken muss ich mal gucken wo WTF hier seine Ebene aufhüllt und meine anfängt ja äh hast du meinen hammer? wo ist mein hammer? da oh mein hammer oh ich hab mich grad voll erschrocken es wurde auf einmal hell hier drinnen oh ich dachte du hast die scheiß monster wieder angemacht was? alter schreck mich nicht, hör auf wer? die monster sind voll kacke dann soll ich dich nicht erschrecken alter, alter, bist du behindert? bist du behindert? hör auf mit dem kack das ist nicht lustig doch richtig schön lustig nein doch keineswegs lustig doch nein, 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 nein du findest das vielleicht lustig, aber ich nicht klar find ich lustig oder sieh mir schnell fertig klar find ich das lustig hör auf, hör auf, bitte, bitte ich will das nicht ich will das nicht ich will das nicht ich find's aber lustig ich find's aber lustig das war mir klar sie ist jetzt gleich schon wieder aktiv gleich schon wieder easy ja, ich will das nicht oh man, überall diese viel steinen hier Hör auf, ich bin grad mittendrinne, ich bin grad mittendrinne, ich bin grad mittendrinne, Hör auf, aua, aua, mach schnell, mach schnell aufs, bitte, bitte mach aus, ich steh gleich schon wieder, mach aus, Alter, Mann, das ist grad nicht lustig, Mann, ich will hier nicht nur mal drüber sterben, die sind fies und gemein, die denen, du stehst ja auch noch am Glotzen, ooooh, nein, oh Mann, ich will das doch noch zählen, Mann, spiel die Spiele ja nicht mehr mit, ooooh, Hör auf, nein, nicht, nein, nein, geht weg, nein, oh, aua, 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 was ist denn, dass ich auf normal gesteht hab, ja, das macht ja immer aufm Chat, das ist nicht lustig, doch, ja, für dich ja, für mich nicht, was ist, meine Hände schwitzen, oh, das reicht schon, wie viel muss ich denn hier noch zu machen, hab dir keine Stinkhammer spawnen, hm, jetzt hab ich noch ein bisschen Cobblestone, vielleicht dachte du das, gerade schon, du machst das gleich eh wieder, nö, nö, komm gleich wieder, ich hab, ich hab dann kommst du noch mehr und stand bitte mir wieder, hoffentlich, das ist, weil du mich mobbst und ärgerst, bringt aber Spaß, deswegen, ja, dir, mir aber nicht, ich weiß, deswegen bringt mir das auch Spaß, alter Spinner, Hallo, ich lebe hier in Angst und Ehrfurcht hier, ja, und? Kannst du Wayne? Interessiert? Ja. Ja, mit dem bin ich verwasst verwandt. Auch noch was? Und mit ist mir egal auch. Mit ist mir egal. Das ist ein türkischer Kollege. Oh, jetzt schnell diese anderen Steine hier noch hinrotzen. Das sollte reichen mit dem Spawner hier. Die Decke kann ich ja austauschen, so. Ja. Sollte ich eigentlich irgendwie. Hä, ich hab da noch von denen welche. Ach ja, so ist das halt. Ja, für den einen bringt Spaß, für den anderen nicht, ne? Ja, klar. Ja. Du bist so ein richtiger Spaßbär. Ah. Ich nehme so wenig Blöcke nur noch. Voll. Das ist jetzt aber nicht so sexy. Ne. Ne. Ich hab sonst meine Sexiness immer dabei. Hm, Sexiness. Meine Sexiness. Ja, meine Sexiness. Ich weiß auch nicht, wie das Dach machen soll. Oder ich schweige, dann hinkommen soll. Das ist meine allergeliebte Portal Gun. Da ist sie. Ich werd dann. Mach mal sie da hin. Ich werd alt. Weißt du das? Das brauchst du nicht wiederholen. Please. Du alter Sack. Bitte häng einfach oben dran. Der fällt runter, lol. Okay, wenn du runterfällst, muss ich dich halt da hoch stapeln. Hast du die Monster gemacht, oder das? Ne, noch nicht. Ich stapel hier grad die Monster auf. Du kannst sofort die Monster wieder anmachen. Pottel Gun, Pottel Gun. Pottel Gun, Pottel Gun. Ja. Ja, kannst du sie eigentlich... Normalerweise wieder anmachen. Alter, die Stinker spawnen direkt, ne? Das ist ja unglaublich. Ja. Das ist heftig. Ich hab die Conveyor-Bels nicht reingelegt. Shit, egal. Idiot. Egal. Eins. Warum? Was ist jetzt nicht auf Peace wohl? Mach die Conveyor-Bels rein. So, ja. War jetzt auch nicht so schlimm gewesen. Okay, dann ist jetzt rein. Eins, zwei, drei. Gott sei Dank ist noch kein Strom auf den Quinder. Und? Mhm. 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 Nein! Aha, jetzt scheint die Mana-Pulsen zu laufen! Alter, ja, geil. Was hast du, jetzt geht das? Was geht jetzt mit der Warnaproduktion? Ja, weil ich gerade ein bisschen was umende hier. Ich habe womöglich keine Convergables mehr. Ach, Mensch, da muss ich schnell welche noch holen. Können wir da irgendwo herstellen hier. Oh, das nicht.